Wie sehr belasten denn diese Unstimmigkeiten zwischen Ihnen und der Gemeinde Götzes die Zusammenarbeit? Natürlich, das ist wie in jeder Beziehung, wenn man in einem doch wichtigen Punkt keine Einigkeit herbeiführen kann und auch Auseinandersetzungen führt. Das wäre jetzt nicht glaubwürdig, wenn ich sage, das hat keine Auswirkungen. Tatsache ist aber auch, dass wir in der Region in vielen Verwaltungsgemeinschaften eine sehr gute Kooperation haben. Dass auch die bis jetzt aufgegleisten Projekte natürlich weitergeführt werden und was es dann in der Zukunft mit sich bringt. Ich hoffe, dass es hier vielleicht ein reinigendes Gewitter ist und anschließend wir uns dann wieder zusammensetzen und sagen, okay, wir haben dieses Problem jetzt hoffentlich gelöst und jetzt können wir wieder Därmel hochkrempeln und gemeinsam für die Region arbeiten. Vielen Dank.